Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir bringen heute, wie versprochen, die Drogerie-Neuheiten der letzten Tage und Wochen komplett gemeinsam in mein Gesicht und schauen mal, was die Marken 2022, Ende August, so schönes rausgebracht haben. Das Ganze sieht sehr vielversprechend aus. Ich bin sehr gespannt, wie die Produkte performen. Bei einem Produkt bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch. Wir werden das Ganze aber heute herausfinden und schauen einfach, wie das Ganze in meinem Gesicht funktioniert. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt mit dem Video. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid, Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe ganz, 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 ganz bald für euch eine riesengroße Ankündigung für euch. Und ich freue mich schon riesig drauf. Ich bin schon ganz aufgeregt. Und ich probiere jetzt so ein bisschen Content vorzuproduzieren, dass ich mich um die Kampagne kümmern kann. Allerdings dachte ich mir, machen wir noch mal ein bisschen Skincare. Und ich gebe einmal kurz an Maxim aus der Zukunft. Und wie ihr wisst, bin ich ein großer, großer Fan von Beauty Mates. Und ich freue mich, dass dieses Video auch in Zusammenarbeit mit Beauty Mates entsteht. Heute möchte ich mit euch so ein bisschen über die verschiedenen Anwendungsgebiete und Anwendungsmöglichkeiten der Booster reden. Und ich habe mich für mein liebstes Set entschieden. Und zwar ist es das mit dem Augenlifting Booster und der Hyaluron Creme Boost. Was ist das überhaupt für ein Produkt? Das habe ich euch in den letzten Videos immer viel zu wenig erklärt. Und deswegen möchte ich es heute noch einmal für euch tun. Der Augenlifting Booster versorgt meine Haut nämlich mit 15% Mineralienkomplex. Und sorgt damit gegen Augenringe, gegen kleine Linien und Fältchen und gegen geschwollene Augen entgegen. Hier ist nämlich auch Vitamin B3 bzw. Neacinamid mit drin. Und das erfrischt zusätzlich die Haut und schwendet Feuchtigkeit. Und gerade wenn ihr so trockene Augenfältchen habt, ist das die perfekte Lösung für euch. Ihr könnt das Ganze ganz besonders verwenden. Und zwar packe ich das Ganze immer gerne abends in den Kühlschrank, damit es morgens richtig, richtig schön kühl ist. Und ich ein noch frischeres Ergebnis unter den Augen habe. Ihr wisst, ich liebe die Beauty Mates Hyaluron Creme Boost einfach so als Tagespflege. Ihr könnt das Ganze entweder direkt unter eure Augen geben. Oder so mache ich es meistens. Ich nehme mir den Booster, der ist nämlich hochkonzentriert und gebe mir einfach 1, 2 Tröpfchen vom Booster mit rein. Vermische das Ganze auf meinem Handrücken und kann es dann auf mein Auge tupfen und richtig schön einarbeiten. Ich benutze dafür meistens den Ring oder den Mittelfinger und kann das Produkt ganz, 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 ganz vorsichtig in meine Haut einklopfen. Und sorge dafür, dass ich die Wirkstoffe richtig, richtig schön in meine Haut kriege. Falls ihr zu stärkeren Augenringen oder zu stärkeren Schwellungen neigt, könnt ihr das Ganze selbstverständlich auch pur an den Augen anwenden. Dafür gehe ich einfach mit der Pipette auf mein Handrücken und verteile mir das Produkt dann punktuell an die Stellen, die ich so ein bisschen bearbeitet haben möchte. Und das ist auch wirklich das Schöne bei Beauty Mates. Ihr findet dort hochwirksame Wirkstoffkosmetik, die ihr punktuell an den Stellen ansetzen könnt, die euch stören. Es gibt natürlich nicht nur den Augenlifting Booster bzw. das Beautiful Eyeset, sondern ihr könnt auch über den Set-Konfigurator arbeiten. Und dort könnt ihr euch selbst eure Sets zusammenstellen und schauen, welche Probleme hat eure Haut und wie wollt ihr das Ganze lösen. Ich blende euch das Ganze hier einmal ein, dass ihr das auch einmal seht, wie einfach das funktioniert. Ich verlinke euch Beauty Mates einmal unten in der Infobox. Mit meinem Code MAXIM30 könnt ihr 30% auf eure Bestellung sparen. Der Augenlifting Booster ist wirklich mein Favorit. Ich benutze ihn jeden Tag und das ist locker schon meine vierte Flasche. Schaut gerne einmal bei Beauty Mates im Anschluss des Videos vorbei. Und ich bedanke mich bei Beauty Mates und habe eine wunderschöne, frische Augenpartie. So sieht die Haut doch gleich schon perfekt vorbereitet für das Make-up aus. Und wir machen auch einfach gleich weiter mit der Perfect Match. Die ist ja neu gemacht worden. Angeblich soll die jetzt noch ein bisschen schöner sein. Noch frischer, noch leichter. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt in den letzten Tagen, als ich sie benutzt habe, auch noch keinen Unterschied feststellen können. Es ist aber auch so ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass viele Firmen einfach mittlerweile probieren, die bestehenden Foundations nochmal so ein bisschen neu umzuarbeiten. Was ich aber sagen muss, ist es so oder so ein wunderschönes Make-up. Also ich habe das auch viel zu lange nicht mehr getragen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber in dem Make-up sind so ganz feine, schimmernde Goldpartikel mit drin, die die Haut so ein bisschen frischer ausschauen lassen. Und das finde ich persönlich, sieht auf der Haut immer ganz besonders frisch aus. Ihr wisst ja, ich mag es total gerne, wenn die Base sehr deckend ist. Aber sie soll trotzdem nicht so matt aussehen. Und wenn in der Foundation schon so ein bisschen Glitzer, sage ich jetzt mal, drin ist, dann ist das Ganze immer eine gute Mischung. Ich finde, dass viele immer Angst haben vor Glitzerpartikeln. Aber das lese ich auch, das finde ich ganz spannend. Keine groben Glitzerpartikel oder keine Glitzerpartikel, die man sieht. Du siehst immer Glitzerpartikel. Also du musst ja irgendwas in das Produkt reingeben, um diesen Schimmer zu erzeugen. Und das sind nun mal Partikel, das fällt aber auf dem Gesicht dann nicht mehr auf. Ich habe das Ganze jetzt erstmal mit dem Pinsel aufgetragen. Ich will das Ganze aber ein bisschen verblenden. Und zwar hat Ebelin ja diese neuen Mini-Make-up-Eier rausgebracht mit Vitamin E. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, was das Vitamin E machen soll. Ist aber sehr klein. Also es sind drei drin, die haben alle unterschiedliche Formen. Ich habe mich jetzt für den entschieden mit dieser flachen Seite. und probiere jetzt damit einfach nochmal so ein bisschen punktuell zu verblenden. Ich kann mir vorstellen, dass das an den Augen sehr, sehr gut funktioniert, wenn wir gleich den Concealer ausblenden. Ansonsten nehme ich tatsächlich ehrlich gesagt Microfiber Multi-Tool Mini am liebsten. Das geht am schnellsten meiner Meinung nach. Ist aber süß. Wer auf so kleine Eier steht, wer auf kleine Eier steht, für den könnte das wirklich das richtige Produkt sein. Ihr kommt damit aber sehr präzise in die Ecken oder auch hier beispielsweise. Wenn ihr die Kontur der Lippe ein bisschen definieren wollt, damit sehr, sehr gut zurecht. Muss man sagen, ist okay. Foundation ist einmal eingeblendet. Ich muss sagen, ich habe sie ja jetzt in den letzten Tagen benutzt. Ich habe sie auch im Vergleich zu der alten probiert. Ich habe keinen großen Unterschied feststellen können. Die Haut sieht sehr, sehr schön aus. Was ich bei dem Finish ganz spannend finde, ist, dass es sich so ein bisschen von selbst fixiert. Also du brauchst nicht unbedingt Puder. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier Großpuder verwenden müsste. Kann man natürlich machen. Aber das Finish ist trotzdem nicht so pudrig, so trocken, wie beispielsweise die Milani Conceal and Perfect Foundation. Die habe ich probiert, so ein bisschen zu benutzen. Ich weiß, dass Paula sie, glaube ich, ganz gerne mag. Die ist mir persönlich zu matt. Die Perfect Match ist eine gute Foundation. Kann man so sagen. Und farblich Hautton anpassend finde ich immer so ein bisschen... Du musst ja trotzdem die richtige Farbe raussuchen. Ich habe euch mal ein kleines Stückchen näher geholt. Und ich nehme jetzt hier einfach den Catrice Clean ID High Cover Concealer. Der war im neuen Sortiment mit drin. Ich weiß nicht, ob das nur eine neue Farbe ist. Ich mag den persönlich aber super, super gerne. Vor allen Dingen ohne Make-up. Also ohne Foundation finde ich den persönlich sehr, 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 sehr gut. Der hat eine gute Deckkraft. Der hat keinen Duft, der hat keine Silikone, kein Mikroplastik und ist vegan. Und der passt halt auch perfekt in der Farbe 020 Warm Beige zu mir. Um das Ganze so ein bisschen aufzuhellen, gehe ich mit dem neuen Cover & Care Concealer von Catrice rüber. Der hat 16 Stunden Halt. Ein bisschen länger als der Clean ID. Der hat, glaube ich, nur 12 oder so. Die halten aber beide lang. Also das macht am Ende keinen Unterschied mehr. Ich gehe jetzt einfach mit dem hier noch so ein bisschen rüber. Der ist auch von der Viskosität her wesentlich leichter. Hier ein bisschen als Highlights auf der Nase. Perfekt. Ich habe neulich einen TikTok über die Catrice HD Liquid Coverage Concealer gemacht. Ist ein guter Concealer. Ich probiere eh im Moment so ein bisschen, das merkt ihr ja, mein Make-up verändert sich ja doch schon massiv in den letzten Monaten, würde ich sagen. Es ist alles ein bisschen frischer und ich probiere ein bisschen alltagstauglicher, in Anführungszeichen, zu schminken. Und das mit Produkten, die natürlich affordable sind. Und gerade jetzt, heutzutage, ist es mir persönlich auch wichtig, dass ich euch auch noch günstigere Alternativen zu bestehenden Produkten zeige. Und ich probiere da immer so ein paar nicht Abstriche zu machen, aber doch schon zu schauen, okay, was lohnt sich und in welchem Verhältnis steht welches Produkt zu welchem Preis. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man die Concealer auch so zwei, drei Minuten einmal ein bisschen fixieren lässt, während man, weiß ich nicht, beispielsweise seine Kontur macht, dann erhöht sich die Deckkraft natürlich auch nochmal. Und ich finde, dann lassen sie sich sogar noch ein Stückchen besser verblenden. Ihr seht das, ich habe jetzt zwar ein Full-Coverage-Ergebnis, es sieht aber gleich, wenn ich es unter den Augen fixiert habe, sehr natürlich aus. Weil die Concealer, ich glaube, es ist vor allen Dingen der Cover and Care, der hat keinen Schimmer mit drin, der hat keinen Glitzer mit drin. Die Textur ist aber sehr, sehr weich und sehr, sehr glänzend. Und dadurch sieht das Ganze immer ein bisschen frischer aus. Und wenn ihr kleine Fältchen unter den Augen habt, dann finde ich, kaschiert es das Ganze sogar ein bisschen. Also, ich mag die Kombination aus der Foundation und dem Concealer gerade sehr, sehr gerne. Ich brauche jetzt auch tatsächlich nicht mehr viel Puder. Ich nehme jetzt hier ein bisschen, gehe mit dem Microfiber Multi-Tool Mini rein in meine Hand und dann unter den Augen. Nur da, wo ich jetzt wirklich ein bisschen Fixierung haben möchte. Mehr brauche ich nicht. Bekommen mal zu den Augenbrauen. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Auch das habe ich schon ausprobiert. Das ist das neue Maybelline Express Brow Fast Sculpt Mascara. Ich habe mich für die Farbe Medium Brown entschieden. Und das ist im Prinzip einfach so ein Augenbrauenbürstchen. Du kannst da durchgehen, hast dann Farbe an deiner Augenbraue und sie wirkt dadurch ein bisschen markanter. Ihr seht sofort einen Unterschied. Finde ich ehrlich gesagt aber immer sehr, sehr unsauber. Und wenn man beispielsweise mit einem kleinen Pinsel das Produkt aufnimmt, kannst du ja viel präziser die Augenbraue definieren. Also das funktioniert. Ich würde sogar fast so empfehlen, dass man sich einfach mit einem kleinen Pinsel ein bisschen Produkt nimmt und dann selbstständig so ein bisschen durch die Augenbraue das Produkt gibt. Und dann kannst du ja immer noch durchbürsten und deine Augenbrauenform zu kriegen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe bei diesen Produkten immer ein bisschen Angst, dass es sehr schnell verschmiert. Und ich möchte ja, oder das sollte ja das Ziel von einem Augenbrauenprodukt meiner Meinung nach zumindest sein, dass man präzise arbeiten kann, um die Augenbrauen präzise auszufüllen. Das kann ich halt mit so einem kleinen Bürstchen nicht, sondern ich brauche dafür einen Pinsel. Aber dafür funktioniert es sehr, sehr gut, weil die Farben, das muss man sagen, die sind sehr, sehr kühl. Also die Augenbrauen sehen nicht künstlich aus. Auf der anderen Seite muss ich dann aber auch natürlich wieder sagen, ist es dann doch schon recht teuer für ein Drogerie-Augenbrauenprodukt. Als Blush benutzen wir den Baked Blush aus der Rival de Loup Sunset Lover AE. Muss ich sagen, mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne als Finishing Powder. Also ich bin die letzten Tage einfach mit einem normalen Blush in mein Gesicht gegangen und habe das dann als Topper benutzt. Ihr seht es nämlich, das hinterlässt tatsächlich einfach nur so einen Schein und recht wenig Farbe, aber der Schein hat so einen leichten, rosanen Touch. Und wenn ihr den so ein bisschen über euer Gesicht gebt, ist es jetzt natürlich nicht so übertreiben wie ich, dann wird die Haut ein bisschen frischer. Aber oft ist das Problem, wenn ihr in der helleren Hautkategorie seid, dann sind diese Beige-Töne, sage ich mal, immer sehr, sehr kalt. Und bei dunkleren Tönen ist es nicht ganz so das Problem, dass die Haut dann leblos aussieht, weil der warme Anteil der Hautfarbe einfach höher ist als in dieser Farbe. Und wenn ihr ein bisschen Wärme wieder zurückgebt, wie beispielsweise durch so ein Produkt, sieht die Haut immer ein bisschen lebendiger. Ist eine persönliche, glaube ich, eine persönliche Vorliebe von mir, einfach ein bisschen Bewegung wieder zurück ins Gesicht zu geben. Aber es ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Der Bronzer war eine Katastrophe. Während das Setting Spray so ein bisschen trocknet, wollte ich mit euch einmal über die Amazing Five-Tastic Eyeshadows von Manhattan sprechen. Ich habe leider nur drei bei DM gefunden. Wir haben einmal hier den Style Sunset Bronze mit schönen warmen Tönen. Die sehen alle ganz leicht schimmerig aus, bis auf der eine braune Ton unten rechts. Dann haben wir, ich glaube, meinen Favoriten, den Style Jungle Green. Auch hier sind der grüne und der graue Ton matt. Und wir haben noch Brixton Brown. Super, super schöne Farben. Ich glaube, wir werden alle so ein bisschen benutzen und schauen mal, wie das Ganze ist. Was ich persönlich nicht mehr verstehe. Also das ist ja wirklich heutzutage... Ich gehe davon aus, dass das heute kaum noch jemand benutzt und jede und jeder mittlerweile Pinsel zu Hause hat. Ab und zu für ein paar Schimmertöne könnte das in Ordnung sein. Meiner Meinung nach müsste das aber nicht sein. Ansonsten sind diese kleinen Paletten aber gar nicht so schlecht. Die haben ein Format wie ein Monolidschatten und sind für die Urlaubssaison oder für unterwegs immer sehr, sehr gut. Wir werden heute mal einen sehr, sehr einfachen Look schminken und vielleicht mit einem Pop of Color. Und dafür starte ich tatsächlich mit der Bricks Sunset Brown Palette und gebe mir den Ton hier unten in die Lidfalte. Er sieht sehr cremig aus, hat kein Kickback. Und dann platziere ich mir jetzt einfach mal... Oh ja. Oh! Ich glaube, ich habe noch nie Manhattan-Lidschatten ausprobiert. Aber das ist überraschend. Ich nehme mir mal einen sauberen Pinsel. Ich möchte heute nämlich einen schönen Look schminken. Der ist sauber, der ist nur leider eingefärbt. Gehe nur ganz leicht rein. Und dann blende ich den hier oben einfach sauber aus. Der fühlt sich auch extrem nass an, tatsächlich. Also, wenn man ihn swatcht, er lässt sich gar nicht so gut swatchen, finde ich. Ihr seht, man sieht was, aber er lässt sich nicht gut swatchen. Aber das ist etwas, das sage ich so, so oft. Und ich hoffe, dass das mittlerweile auch viele ähnlich sehen. Denn swatchen hat nichts mit der Qualität des Lidschatten zu tun. Durch den Swatch kannst du nur die Farbe sehen, aber nicht die Qualität. Sehr, 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 sehr schöne Farbe. Ich gehe jetzt mit dem Laetitia und Maxim Pinsel Nummer 5 in die Brixton Palette. Hier in diesen dunklen Ton. Und setze mir den noch präziser in die Lidfalter. Das ist natürlich jetzt ein kleiner Pinsel. Aber auch hier kommt die Farbe sehr, 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 sehr gut raus. Die verbindet sich auch gut mit der anderen. Du kannst damit schon einen Look schminken, ne? Dann gehe ich wieder in den ersten Pinsel und blende einfach aus. Und immer wieder hin und her. Muss ich sagen, bin ich sehr beeindruckt von. Ich habe, wie gesagt, glaube ich, noch nie einen Manhattan Lidschatten probiert. Muss sagen, sehr, sehr gute Qualität. Ja, was soll man dazu sagen? Für 5 Euro. Und dann verdunkeln wir uns das Ganze mit dem Schwarz. Das ist auch nicht ganz schwarz. Aber wir gehen damit einfach noch mal präziser in die Lidfalter. Es gibt übrigens noch ein paar Pinsels jetzt auf der Webseite. Also wenn ihr es noch nicht habt, die könnt ihr auch einzeln kaufen mittlerweile. Das habe ich, glaube ich, noch nie kommuniziert. Jetzt nehme ich mir einen ganz, ganz schmalen Pinsel. Gehe noch mal ein bisschen in den Clean ID Concealer. Und wir ziehen uns mal heute eine Cut Crease. Habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Aber das sind halt diese Feinunterschiede, die den Look dann immer so ein bisschen aufwendiger machen. Es geht ja auch nur darum, um eine scharfe Kontur zu haben. Im Prinzip könnte man das Ganze so lassen. Ich will ja jetzt gar nicht so einen großen Schnickschnack draus machen. Wir gehen jetzt erst mal mit dem Letizia Maximum Nummer 2 hier in diesen schmutzigen Goldton. Die haben nicht so viel Bums. Die haben nur einen leichten Schimmer. Aber dadurch kann man die natürlich sehr, sehr gut verblenden. Und dann gehe ich mit so ein bisschen Rot hier an den Übergang. Aber wartet mal, wenn man vielleicht alle vier hat, kann man hier noch in diesen Ton gehen. Und der hat so ein bisschen Schimmer mit drin. So ein bisschen Glitzer. Ja, nice. Schaut mal, der hat auch so einen ganz, ganz zarten, sieht man kaum, blauen Schimmerton mit drin. Sieht sehr, 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 sehr edel aus auf dem Auge. Wow. Dann noch ein bisschen hier. Komm, ja, wird fast alle Farben hier benutzt. Also die Schimmer sind in der Jungle Green Farbe ein bisschen intensiver. Der Rest ist eher so ein Semi-Schimmer. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Liebe ich. Liebe ich sehr. Ich nehme jetzt mal kurz ein geheimes Produkt. Ist aber auch neu. Liebs. Ich liebe diesen Look. Der ist so simpel, aber trotzdem edel. Ich mache mal ein bisschen Mascara rauf. Benutze dafür, wie immer, meine Magic Finish Mascara. Der Code gilt immer noch. Ich schreibe euch alles unten in die Infobox. Liebe diese Mascara. Das geht so schnell. Und dann haben wir ein sehr, sehr schönes Make-up. Wir haben aber noch was anderes. Da bin ich echt gespannt. Und zwar einen Lip Gloss Nude Sensation von Alverde in der Farbe 20. Dafür benutze ich einen Lip Liner. Und zwar von Morphe. Die Farbe Bite Me. Das ist so ein richtiges dunkles Schokoladenbraun. Und dann gehen wir mit dem Alverde Gloss rüber. Ich habe ihn tatsächlich nur einmal benutzt in dem Video. Oh nice. Wunder, wunderschöne Farbe. Wow. Was für ein wundervolles Make-up. Und das ist der fertige Look ausschließlich mit Drogerie Neuheiten. Ich bin super gespannt, wie er euch gefällt. Ich muss sagen, der Lip Gloss hat mich tatsächlich am meisten jetzt überrascht, weil ich von Alverde halt wirklich erfahrungsgemäß von vor einigen Jahren einfach nichts Gutes mehr gesehen habe. Die Kombination mit diesem braunen Lip Liner aber gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch die Lidschatten haben sehr gut performt. Für den Preis 5 Euro für 5 Farben ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Und ich glaube, dass das etwas ist für unterwegs vor allen Dingen. Wenn ihr mich fragen würdet, okay, welche würdest du empfehlen, würde ich trotzdem sagen Jungle Green, weil ihr hier Farben drin habt, die nicht so üblich sind, wie beispielsweise diesen schimmernden Duo-Chrome-Ton. Und das ist etwas, das sieht man selten in der Drogerie. Ich bin super gespannt, welche Produkte euch am meisten gefallen haben. Schaut unbedingt bei Beauty Mates vorbei. Dort könnt ihr mit meinem Kohl eine Menge Geld sparen. Ich setze euch alle Informationen unten in die Infobox und danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.